ja leute wunderschönen guten morgen mein name ist martin sachsenweger ich bin endlich wieder unterwegs um schöne fotos zu machen heute bin ich unterwegs in der fränkischen schweiz in bayern wobei das mögen die franken ja nicht so gerne also wie gesagt in der fränkischen schweiz um die burg rabenstein zu fotografieren und es ist jetzt ein spontaner trip heute hat mein gesamtes equipment dabei die bedingungen sind so lala aber wir suchen natürlich trotzdem das beste draus zu machen wenn man schon mal hier ist dann sollte man das auch auf jeden fall versuchen also heute fotografieren hier in der fränkischen schweiz burg rabenstein zum sonnenaufgang bei sehr windigen bedingungen freut euch drauf ja also losgefahren heute morgen bei regen da hatte ich schon das schlimmste befürchtet mittlerweile ist nicht mehr ganz so schlimm hier in der fränkischen schweiz kommt teilweise sogar noch ein bisschen die sonne durch es ist super windig das heißt ja ich werde heute auch mal eine schöne langzeit belichtung machen mit wolken zieren meine hofter nebel hier im tal der burg ist leider nicht eingetroffen aber das licht wird jetzt gerade trotzdem relativ schön und deswegen fange ich jetzt einfach an zu fotografieren also so wir befinden uns jetzt hier an der burg rabenstein oberhalb der burg rabenstein beziehungsweise auf der gegenüber liegenden seite hier ist so eine aussichtsplattform ihr seht hier habe ich mich breit gemacht und ja um auf diese aussichtsplattform hier zu kommen müsst ihr von da unten von dem parkplatz da steht auch mein auto einmal hier die straße entlang marschieren hinten geht es über so eine brücke und dann geht es hier den wald entlang hier hoch oder kommt man hier irgendwann raus ich habe mich hier ein bisschen verlaufen weil das weil dieser aussichtspunkt nicht ausgeschildert ist also ja bringt ein bisschen zeit mit falls er hier hinkommt ja es gibt hier ehrlich gesagt auch nicht so viele andere möglichkeiten die burg in szene zu setzen weil ihr seht hier geht ist doch sehr steil runter und sollte also hier das geländer ja nicht überklettern oder so oder versuchen da unten auf die felsvorsprünge zu kommen ich glaube dass es nicht wert man hat von hier sehr sehr schönen blick was ich auch schön finde ist hier die die straße die sich hier auch ein bisschen so schlängelt durch das ahorntal und ich hoffe es heißt ahorntal und das kann man alles schön mit ins bild einbauen man kann das ganze bild auch noch mal rahmen so ein bisschen mit den bäumen hier rechts und vielleicht auch links rechts und links ihr merkt ich bin noch ein bisschen durcheinander und das habe ich jetzt hier bei meiner komposition auch versucht ich zeige euch das jetzt hier einfach mal und zwar habe ich hier links den baum im bild als abschluss genommen also quasi als rahmung habe die burg im linken drittel circa auf die mitte gesetzt ja ich weiß das macht man normalerweise nicht also so in habe ich jetzt aufgebaut das bild das liegt daran weil der himmel hier hinten total unspektakulär ist aber hier wo die sonne so langsam die wolken auch ein bisschen antreibt oder anstrahlt finde ich das muss mit ins bild deswegen habe ich mich jetzt hier bei meiner komposition für eine halb halb variante entschieden also halb beziehungsweise den horizont auf die hälfte gesetzt ja so dass ich die schönen wolken noch mal ein bisschen mitnehmen kann aber auch das tal beziehungsweise die straße unten aber hier kann man sich ein bisschen ausspielen oder ein bisschen spielen und ich glaube hier gibt es die eine oder andere coole perspektive die man hier noch ein fangen kann ja weil die wolken hier so unheimlich schnell ziehen am himmel habe ich mich jetzt dazu entschlossen noch mal eine sehr sehr lange belichtungszeit zu machen ich habe also jetzt hier ein ende 1000 reingepackt und den soft verlaufs filter und werde jetzt auf blende acht circa anderthalb minuten belichten das müsste doch nach meinen berechnungen funktionieren und dann sehen wir also wie die wolken von links nach rechts ziehen ja die langzeit belichtung anderthalb minuten hat gut geklappt vielleicht war es ein tick zu lang weil die wolken eigentlich gar nicht mehr sichtbar sind und man muss natürlich sagen dadurch dass es so windig ist sind hier die bäume links und rechts sehr sehr unscharf im bild also sehr sehr stark verwackelt und das ist natürlich auch nicht schön also wenn langzeit belichtung dann eher die totale also in dem bereich hier vielleicht und dann klappt das auch ganz gut da hinten ist ja sogar noch ein bisschen nebel das wäre schön wenn der jetzt auch noch hier vorne wäre jetzt trifft tatsächlich auch ein bisschen licht hier auf die burg sieht auch toll aus ja und das ist hier wirklich ein wechselspiel also mal das hier total bewölkt also richtig dramatische stimmung hier oben im himmel gefällt mir ehrlich gesagt doch echt gut also gerade so im zusammenhang im zusammenspiel mit der burg macht sich das toll ich habe jetzt hier einmal auf dem hochkantformat umgeswitcht ihr seht hier mein auto ist das absolute highlight im bild muss ich nachher mal weg stempeln was ich hier jetzt gerade versucht habe ist dass die straße von unten links ins bild reinläuft und dann hier so rechts eine kurve fährt und die burg im linken oberen drittel des bildes platziert ist was hier natürlich ein bisschen schade ist dass die burg nicht über den horizont her herausschaut er sondern so ein bisschen im wald auch verschwindet aber hey beschweren wir uns mal nicht das sieht trotzdem wunderschön aus und was noch der vorteil ist daran ist dass die burg viel sichtbarer und klarer ist ja also wenn jetzt in diesem weißen himmel wäre oder in diesem grauen himmel wäre wird sie wahrscheinlich nicht mal so krass auffallen wie in dem dunklen wald und deswegen auch hier eine sehr sehr schöne komposition ja und das war es eigentlich auch jetzt hier schon wieder weil jetzt richtig zu hier weil es hier insgesamt eine halbe stunde hier oben an dem spot und ich muss sagen hat mir gut gefallen ich werde aber auf jeden fall noch mal bei anderen bedingungen wieder hierher kommen da steht mir zum beispiel vor nebel im tal vielleicht im herbst sonnenaufgang da steht mir aber auch vor wenn vielleicht die dächer oder die bäume weiß sind im winter das kann also auch sehr sehr schön ausschauen jetzt im januar hier sehr sehr trostlos ende januar sehr trostlos hier an der burg aber hey ich glaube die bilder sind trotzdem einigermaßen cool geworden und ja ich war auch mal wieder draußen jetzt schon eine längere zeit her muss ich zugeben dass ich draußen war und fotografiert habe aktuell ist es einfach unglaublich schwierig für mich da zeitfenster zu finden zu fotografieren und natürlich auch videos zu machen aber ich verspreche euch und mir das wird sich sicherlich im lauf des jahres wieder ändern so dass ich auch wieder regelmäßig hier meine touren euch zeigen kann ja also leute ich danke euch ja fürs zuschauen heute hoffe euch hat das keine kleine kurze video gefallen wenn ja dann drückt mir doch bitte den daumen nach oben und ja falls ihr den kanal noch nicht abonniert habt dann abonniert auch gerne meinen kanal meine besten bilder diese nach wie vor zu finden auf instagram unter travel meets art schaut vorbei lasst euch inspirieren sagt hallo ich freue mich auf jeden fall drauf ja also vielen dank passt auf euch auf bleibt vor allem gesund ich würde sagen wir sehen uns bald wieder macht's gut ciao ja 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 ja